Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Pandemie und Gesellschaft. Wir haben Fragen an Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Was passiert gerade? Welche Ideen gibt es? Und vor allem, wie geht es weiter? Mein Name ist Bekonen Miskenner. Ich leite das Referat Migration und der Wirsti in der Heimspielstiftung. Mein Gast heute ist Miriam Koch. Hallo Miriam. Hallo Bekonen. Miriam Koch ist Leiterin des Amts für Migration und Integration der Stadt Düsseldorf. Davor war sie Flüchtlingsbeauftragter der Stadt Düsseldorf. Miriam Koch war in den Jahren 2016 und 2017 Mitglied der Migrations- und Flüchtlingskommission der Heimspielstiftung. Ich freue mich Miriam, dass du heute bei uns bist und wir das Thema Flüchtlingsschutz und Solidarität in Zeiten globaler Pandemie besprechen können. Bevor wir uns in unser Thema vertiefen, wie geht es dir? Ja, ich bin ein bisschen müde inzwischen. Ich bin auch Mitglied im städtischen Krisenstab, der jetzt seit Wochen tagt und in dem wir alle Maßnahmen besprechen, in dem aber auch mein Bereich natürlich besprochen wird. Ich bin zuständig in Düsseldorf für die Unterbringung der Geflüchteten. Das sind im Moment 4.300 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, 1.200 in Wohnungen und ich bin auch zuständig für die wohnungslosen Menschen in Düsseldorf. Die haben mich ehrlich gesagt in der letzten Zeit fast mehr beschäftigt als die Geflüchteten, aber für diese Menschen und für die Unterkünfte an sich hatten wir wirklich sehr viel zu tun und sehr viel nebenbei jetzt an den Strukturen anzupassen, damit wir die Corona-Schutzverordnung auch tatsächlich in Gemeinschaftsunterkünften zum Beispiel einhalten können. Ähnlich wie 2015, 2016 lastet natürlich sehr viel auch auf die Kommunen. Und wenn wir die Empfehlungen von Fachexpertinnen und Experten sowie der Politik als dringend umzusetzende Grundlage nehmen, dürfte es in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete kaum möglich sein. Die verordneten Sicherheitsmaßnahmen wie Kontaktsperre, Mindestabstand und hygienische Standards einzuhalten. Was wird derzeit in Düsseldorf getan, um Geflüchtete in den Unterkünften besser zu schützen? Also wir haben erstmal angefangen mit sehr viel Informationen in sehr vielen Sprachen. Du musst wissen, das System der Unterkünfte in Düsseldorf ist nicht nur ein räumliches Konzept, was wir jetzt seit einigen Jahren aufgebaut haben, sondern auch das Betreuungskonzept ist so durchdacht gewesen, dass wir damit jetzt eigentlich auch in dieser Pandemiesituation sehr gut fahren. Wir haben in den Unterkünften überall 24-7 einen Sicherheitsdienst. Die sind immer auch Ansprechpartner, um Desinfektionsmittel auszugeben oder auch Informationen am Wochenende eben auch sofort, wenn es eine Veränderung gibt, in den Unterkünften aufzuhängen. Wir haben städtische Verwalter, die für die Unterkünfte an sich zuständig sind, die dann aber auch sofort Reinigungsintervalle erhöhen können oder Kontaktflächenreinigung beauftragen können. Und wir haben die Wohlfahrtsverbände, die in die soziale Beratung eingestiegen sind in den Unterkünften. Die haben jetzt im Wesentlichen auf telefonische Beratung umgestellt, sind aber auch zum Teil in den Unterkünften noch präsent. Und da wir auf allen Gemeinschaftsunterkünften jeweils ein eigenes Verwaltungsmodul sehr häufig, wenn es die großen Modulanlagen sind oder eben ein Verwaltungsbüro-Trakt haben, können wir eben auch da Maßnahmen ergreifen, um eben diesen Abstand wahrenden Moment auch einzuhalten. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich bin am Anfang über erst mal die zehn größten Unterkünfte in Düsseldorf gefahren. Damit sind wir dann, da sind dann über 2000 der 4300 Menschen untergebracht gewesen. Ich hatte Dolmetscher dabei und ich bin auf eine sehr informierte Gruppe gestoßen. Die Geflüchteten informieren sich im Netz, sind durch uns auch informiert worden. Und all diese Maßnahmen, die wir ja alle jetzt seit einiger Zeit einhalten müssen, Händehygiene, Abstand halten zu den Personen, die sind da wirklich angekommen. Und deswegen war ich sehr beruhigt. Und ich muss eben jetzt auch sagen, wir haben inzwischen in diesen unter den 4300 Menschen, Stand heute, fünf Infizierte, die auch tatsächlich aus den Gemeinschaftsunterkünften entweder in ein Krankenhaus gekommen sind oder nach Entlassung aus dem Krankenhaus in eine von uns eingerichtete Quarantänestation. Wir haben eine Gemeinschaftsunterkunft komplett leer gezogen und die wird als Quarantänestation genutzt im Moment. Und ich kann nur sagen, toi, 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 ich wäre sehr froh, wenn das so weitergehen würde, haben wir eine sehr ruhige Lage in den Gemeinschaftsunterkünften. Ich habe vier Mitarbeitende aus meinem Amt eingesetzt, die ebenfalls in eine Bereitschaftssituation gegangen sind, um sofort, wenn ein Fall gemeldet wird, in der Unterkunft präsent zu sein, die Leute zu begleiten. Weil auch wenn die Geflüchteten zum Teil ja schon sehr lange bei uns sind, ist es immer noch mal eine andere Situation, wenn dann tatsächlich der mobile Abstrich-Service kommt und einen Test macht oder dann der Rettungswagen kommen muss, die Leute transportiert werden müssen, teilweise eben die Familie dann ja auch noch informiert werden muss, wenn nur ein Mitglied erstmal ins Krankenhaus muss. Also diese Maßnahmen haben alle dazu beigetragen, dass die Lage in den Gemeinschaftsunterkünften sehr ruhig ist. Letztes Wochenende sind ja 47 minderjährige Kinder aus den Flüchtlingslagern in Griechenland in Deutschland angekommen. Das ist sicher eine wichtige Geste der Humanität auch. Und die Stadt Düsseldorf ist Teil des Bündnisses. Städte sichere Häfen, das sich für die kommunale Aufnahme von Geflüchteten einsetzt. Im März wurde ein Appell an die Bundesregierung gerichtet, insbesondere unbegleitete Minderjährige Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen, die auch vom Düsseldorfer Oberbürgermeister unterzeichnet wurde. Seitdem hat sie die Situation in den Griechenlagern natürlich verschärft. Was ist aus dem Appell geworden und was braucht es jetzt, damit aufnahmebereite Städte und Kommunen wie Düsseldorf geflüchtet aufnehmen können? Tja, Mekon, das ist die Frage, die uns jetzt schon seit Jahren eigentlich umtreibt und du hast das eben eine Geste der Humanität genannt, aber mehr ist es leider im Moment auch noch nicht. Der Jugendamtsleiter, der ja dann für die unbegleiteten Minderjährigen zuständig ist, der ist auch Mitglied im städtischen Krisenstab. Wir haben uns heute Morgen noch darüber ausgetauscht, dass sowohl in dem Bereich Aufnahme von Jugendlichen, aber auch in dem Bereich, es war ja auch immer in der Diskussion, dass auch erkrankte Kinder unter Umständen mit ihren Familienangehörigen aus den griechischen Lagern evakuiert worden wären, dann wären die wiederum in meinem Zuständigkeitsbereich gewesen. In beiden Bereichen haben wir noch Kapazitäten und könnten tatsächlich auch noch Menschen aufnehmen und du hast die Appelle erwähnt, die von den OberbürgermeisterInnen oder eben aus dem Bündnis Städte sichere Häfen an die Bundesregierung und auch an die jeweiligen Landesregierungen ergangen sind. Aber mehr als diese humanitäre Geste war bislang nicht drin und ich hoffe nur, dass das, was die Kommunen alle gemeldet haben, diese Aufnahmebereitschaft wirklich auch ernst genommen wird und hier weitere Evakuierungen aus den griechischen Lagern erfolgen. In der Kommissionsarbeit, in der du ja auch mitgearbeitet hast, haben wir ein bisschen auch evaluiert, rückblickend, was lernen wir aus der Flüchtlingseinwanderung der Jahre 2015, 2016 und jetzt haben wir eine andere Situation, wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken, um nach vorne schauen zu können, welche Herausforderungen hat sich aus der Pandemie für die Kommunen in Bezug auf Flüchtlingsschutz ergeben und welche Lehren können wir daraus ziehen? Also in erster Linie das, was ich im Eingang beschrieben habe, sehr gut nochmal darauf zu gucken, wie unsere Gemeinschaftsunterkünfte aufgebaut sind. Unser System hat sich bewährt. In Düsseldorf gibt es noch einige Unterkünfte, in denen wir nicht dieses Modell mit den Familieneinheiten und mit den kleinen Einheiten für die, die allein reisen, in denen wir das noch nicht haben. Das heißt, für mich gilt es weiterhin, dass wir auf unser sogenanntes Düsseldorfer Modell da setzen müssen und viele von, das heißt viele, es sind nicht mehr so viele Gebäude tatsächlich in Düsseldorf, die komplett als Gemeinschaftseinrichtung laufen, das heißt auch für Familien, Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftssanitäreinrichtungen, das sind die Notlösungen, die wir aus den Jahren 15 und 16 noch mitgenommen haben. Die lassen sich unter Pandemie-Gesichtspunkten nur nicht mehr so belegen, wie wir Plätze da haben. Auch da haben wir genau hingeguckt. An der Stelle, wo eben niemals eine häusliche Isolation möglich wäre, mussten wir über weniger Belegung entzerren. Das ist auch gelungen. Und ansonsten muss ich sagen, wenn ich das jetzt nochmal kombiniere, die Situation der Pandemie, die uns in den Kommunen wieder sehr fordert, aber auch die Situation in den griechischen Lagern, bin ich wieder bei dem Punkt, den wir auch eben schon seit Jahren diskutiert haben. Die Rolle der Kommunen in der einer Möglichkeit einer direkten Aufnahme muss gestärkt werden. Und nicht nur die Länder, auch der Bund tut sich damit schwer, aber wir haben uns über diese Bündnisse der Städte genähert und sind nicht bereit, diese Diskussion wieder einschlafen zu lassen. In den Kommunen funktioniert dann am Ende nicht nur die Integration, sondern die Kommunen sind diejenigen, die gerade in einer Situation bei einer Evakuierung aus griechischen Lagern, wo die Menschen in der Regel traumatisiert sind, erkrankt sind, wo die Menschen dann eben nicht wieder in eine Landesaufnahmeeinrichtung gehören, sondern direkt in die kommunale Einrichtung sollten. Und das ist etwas, was mich in dieser Pandemiesituation eigentlich noch bestärkt darin zu sagen, die Rolle der Kommunen in der ganzen Aufnahmepolitik muss tatsächlich nochmal ganz neu bedacht werden. Vielen Dank, Miriam. Ich wünsche dir viel Kraft, viel Gesundheit und wir werden das Gespräch weiterführen, auch mit anderen Kommunen. Und ich freue mich, dass wir einfach auch mit den Kommunen gemeinsam an dem Thema weiterarbeiten können, vor allem auch, wie die Aufnahme und wie die Solidarität weitergestaltet werden kann auf der kommunalen Ebene. Das war unser Thema zu Flüchtlingsschutz und Solidarität in Zeiten globaler Pandemie. Und wir werden unten im Link weitere Materialien aus der Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung weiter verlinken und eben auch zu den Ergebnissen der vorhin genannten Kommission, wo Miriam Koch Mitglied der Kommission der Böll-Stiftung war. Miriam Koch ist Leiterin des Amtes für Migration und Integration der Stadt Düsseldorf. Ich danke dir und wünsche dir ein schönes Wochenende. Sehr gerne, Mirkon. Ich danke auch dir, wünsche dir ein schönes Wochenende und bleib gesund.